Es sieht so schön aus. Okay, wir beruhigen uns jetzt mal alle wieder. Ist alles gut. Ich bin froh, dass ich ein Impact bin, aber ich bin einfach froh. Ich bin einfach froh. Ich hab's im letzten Video schon gesagt. Und ich muss damit jetzt einfach... Ich muss die ganze Zeit jedes Video jetzt nur überreden. Kein Problem. Auf jeden Fall, sieht dieser GameTag... GameTag? GameTag? Sieht dieser GameTag einfach nur scheiße aus. Wegen 2s. Aus irgendeinem Grund konnte ich meinen normalen GameTag also mit 1s nur, also nee, siebs mit 1s irgendwie nicht benutzen. Aber, keine Ahnung, warum es nicht ging. Gehe einfach nicht. Ja, jetzt muss ich einfach mal so ein hässlichen hier mit 2s nehmen. Naja, passt schon. Sehr egal. Eben ist mir auch schon wieder so, was absolut Behindertes passiert. Eigentlich hatte ich für heute ein Video mit Suisi und Dominic zusammen aufgenommen. Aber, gerade als ich schneiden wollte um 23.11 Uhr, ich lade meine Videos immer einen Tag bevor ich sie hochlade auf, hab ich dann einfach gesehen, dass Scamble Korn mal wieder nicht aufgenommen hat. Ja, richtig geil auf jeden Fall. Jetzt ist also 23.11 Uhr, ich muss wieder extrem leise sein und kann eigentlich gar nicht richtig reden, aber naja, ich bin ja momentan so ein bisschen, sag ich mal, auf mir YouTube grind, ähm, versuche jeden zweiten Tag ein paar Minuten was hochzuladen. Schaffe ich ja auch eigentlich ganz gut. Also wenn ich das auf jeden Fall so beibehalten kann, bis zur Games kommen so, ähm, zwei Videos, äh, ne, alle zwei Tage ein Video, das sollte auf jeden Fall dann schon gut sein. Das wäre dann, wäre ich auf jeden Fall zufrieden mit meinen Uploads, obwohl ich mit der Qualität von meinen Uploads momentan nicht ganz so zufrieden bin, weil, ganz einfach, zum Beispiel, meine, also mein Elgato läuft jetzt wieder, aber ich habe mein Elgato halt schon seit drei Jahren, ne, das ist eben noch die allererste Elgato und ich habe halt extrem oft Probleme mit der Elgato und so, ähm, aber es momentan geht's halt, also es geht wieder, ne, wie man sieht, ich kann ja wieder aufnehmen, aber zum Beispiel auch mein Headset, ne, ich nehme mit dem Astro auf, ich muss mir irgendwo mal ein Stand-Mikro holen, das wird so die erste Verbesserung, sag ich mal, in meinem Equipment, weil die Tonqualität teilweise echt, also das ist so ein krasses Rauschen bei mir teilweise, also das ist so ein krasses Rauschen bei mir teilweise, oder auch mein PC, also mein PC ist so absolut scheiße eigentlich, Rändern dauert mega lange, mein Internet ist auch gar gar so, eigentlich habe ich so voll schlechte Bedingungen, um YouTube zu machen, aber, ich mache es halt trotzdem, also jetzt schon seit drei, gut drei Jahren mache ich jetzt YouTube, und jetzt mit Impact sollte endlich mal so mein Punkt gekommen sein, wo ich ein bisschen mehr als nur Standard werden kann, von den Abos und so her, ich hoffe, dass es auch so wird, da bin ich ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, so zu Gamescom ungefähr so 8 oder 10k zu haben, also Subs, sollte auf jeden Fall macht das ein, wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das schaffen, auf jeden Fall muss ich ein bisschen meine Qualität bei den Videos verbessern, das geht ja so nicht mehr, dass ich mittlerweile seit drei Jahren YouTube mache und immer noch so Standardqualität, sag ich mal, und ich habe die Akkus freigeschaltet, so, an meinen Videos würde ich auf jeden Fall nichts ändern, weil ich jetzt ein Like-Bend, ich werde immer noch dieselben unterhaltungslustigen Videos machen, die ich schon mal gemacht habe, also, nur weil da jetzt ein Impact vom Namen steht, da wird sich nichts ändern, an den Jungs, macht euch keine Sorgen, ich hasse das einfach, weil es sehr zu spät ist, jetzt muss ich so unheimlich gedämpft reden, oder eigentlich, schreiche ich ja so etwas, also bin etwas lauter, schreie so ein bisschen rum, macht komische Geräusche, und das geht jetzt einfach alles nicht mehr, das geht jetzt einfach alles nicht mehr, das geht jetzt einfach nicht mehr, erst mal einen Schluck drin, weiter geht's, das war echt so scheiße, ich wollte gerade noch schön das Video schneiden, dann wollte ich gleich den NFL Draft gucken, also, für die Leute, die wissen, was es ist, da werden halt so die, also NFL Football, da werden so die Spieler gepickt, die Nachwuchsspieler, und dann wollte ich einfach chillig das gucken, so ein Hochlandes Video, aber nein, ich wollte natürlich jetzt noch was aufnehmen, weil es scheiß Skype Recorder schon wieder nicht funktioniert hat, Alter, ich habe einfach, kennt ihr das, ich habe einfach einen Pickel, auf der Zunge, kennt ihr das, ihr kennt das, also die Leute meistens kennen das eh, das tut so weh, er hat Argus, das tut so abartig weh, ich habe das jetzt seit ein paar Tagen, das ist schon besser geworden, aber es ist trotzdem so nervig, beim Essen, beim Trinken, es nervt einfach so, ich muss so leise sein, es ist gerade so nervig, es ist so nervig, ich muss so leise sein, ja, es tut mir auch leid, dass es gerade einfach nur so wissen, ja, komisch ist jetzt das Video, weil ich halt nicht so laut sein kann und so, es tut mir wirklich leid, ich weiß ja, dass es lief, wenn ich rumschreie, aber, ich will jetzt nicht so gerne noch eine Stelle von, oh mein Gott, ey, der hat sich einen scheiß Schwarm da, eine Stelle von meinen Eltern kriegen, auf jeden Fall, eigentlich war das Thema so in dem Video, dass ich meine Qualität verbessern werde, von meinen Videos, müsst ihr mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da besser sehen wollt, also ich meine, PC kostet ja extrem viel Geld, ein Mikro wäre halt so die erste Verbesserung, Verbesserung, die man sich mal anschaffen sollte, das werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen, das regt mich halt selber auf, weißt du, unter meinen Videos kommentiert halt keiner, irgendwie halt, deine Qualität ist schlecht, aber, mir fällt das halt selber auf, so, das Mikro rauscht halt teilweise überhart, ich hab 14 Tode, Alter, ich bin schon wieder so YOLO, nein, ich bin nämlich, und tschüss.